587 Kilo. So viel Müll produzierten Österreicher jedes Jahr. Zwei Drittel davon werden recycelt. Der Rest landet auf der Mülldeponie. Ich finde, das ist zu viel. Darum haben wir eine Idee gehabt. Möbel sollten kompostierbar sein. Also haben wir unsere Arbeit gemacht. Unser Team hat zahllose Stunden damit verbracht, bis der erste Prototyp fertig war. Doch ganz zufrieden sind wir nicht. Wir haben das Produkt verfeinert, bis es perfekt war. Das Ergebnis ist ein 100% biologisch abbaubarer Hocker aus Vorarlberger Stroh, natürlicher Kautschuk und Massivholz. In Handarbeit gefertigt und mit Liebe zum Detail produziert. Wir nennen ihn das Drei-Blatt. Das Besondere daran, trotz der natürlichen Materialien, ist er sehr leicht. Darum kann man überall hin mitnehmen. Den Stiel kann man auswechseln. Das macht ihn so flexibel. Vom Barhocker bis zum Kinderstuhl kann man überall einsetzen. Und was uns am allerwichtigste ist, er ist zu 100% aus natürlichen Stoffen hergestellt. Sollte unser Drei-Blatt also doch einmal ausziehen, fällt er nicht der Umwelt so leicht. Martin nimmt ihn gern, um die Zierge zu merken, nur um ein paar Minuten später seinen Kaffee vor dem Stall zu geniessen. Eine andere Bekannte von mir hat Probleme mit dem Rücken. Für sie ist Drei-Blatt ideal, weil es eine natürliche Haltung unterstützt und den Rücken stärkt. Und jetzt mögen wir unser Drei-Blatt nochmal Menschen zeigen. Am besten machst du gleich bei unserer Crowdfunding-Kampagne mit. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.